Unterstützung für diejenigen Kräfte, die Antisemitismus wirklich bekämpfen wollen, ist existenziell. Je mehr Demokraten wählen gehen, desto schwächer werden die Radikalen. Am 26. September wählen wir den neuen Bundestag, um die Zukunft Deutschlands mitzugestalten, damit unsere Interessen ein Gehör bekommen und wir vertreten werden gegen Antisemitismus und gegen jegliche Diskriminierung. Lasst uns wählen gehen. Für demokratische Werte. Lasst uns wählen gehen. Nachrichten.